ARD Text im Auftrag von Funk 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 äpfel zu mehr zumal boston er hat es kommt da jetzt kommt es wird diese muss hochfährt mit dem also die scheiß seile vor davor nerven also ich kann mich spring kommen und nicht machen weil die dann gleich eine Bombe werfen die russ das wird jetzt langweilig was er zu gestalten wie ich die kaputt mache was haben sie einen großen fingernagel wann weiß ich ob die tos hätten die sind schon tot wird auch ohr mann maxi ben er setzt super sein ist der link der super saiyajin ich bin es super seint super sand ich schütze dich durch den dubbel rainbow power auf die die wohl so eine dunkle aura darfst du nicht gehen weil die darf gleich brauchen ich kann Pinguine werfen rückwärts 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 also ich doch ohne 1 dieser der Vogel als er sich immer mit dem scheiß Bomben nicht treffen zum Rheinland wo eng gehört Oh! Wrestling! Alter! Wieso macht der denn die ganze Zeit Wrestling? Wie viel Schaden hat der gerade abgezogen? Alter 51 Schaden macht der. Ich glaube ich bleibe jetzt bei meinem Rame und bei meinem Pink. Oh er geht auf dich. Nein! Aua! Das einzige wie man den kämpfen kann ist... Oh! Leg den nur gegen gleich große an! Hier unten. Alter lach nicht. Ich gehöre zu deinem Team. Komm down geburned. Nein ich will den nicht. Achso das warst du. Du hast noch immer deine Banane. Oh Gott das ist der. Oh der war scheiße gell? Toll! Gut zu wissen. Alter gleich am Anfang beginnt die Kacke. Uah. Wie macht man das? Scheiße! Gott! Scheiße! Hey ich hab keinen Plan mehr vor dem. Du musst entweder das Ding, die Dinger kaputt machen. Oder die Hand. Du musst einfach alles kaputt machen. Nein. Oh mein er lacht aber. Alter! Scheiße Hand! Halt! Aua! Kann das sein dass er wirklich noch bis zu stark ist? Hätten wir doch erst in die Lave geholt gehen. Aua! Ja! Das erste ist down. Ja schau mal unsere Leben an. Ich hab keinen Trank mehr. Bam! Oh! Alter das mit Anlauf ist böse. Das ist doch schon kaputt. Ich bin gleich tot. Scheiße! Aua! Da entsteht ja auch keine Tränke mehr. Wir haben jetzt alle Teile eigentlich besiegt bis auf das da. Scheiße! Komm! Oh! Fuck! Du kannst es schaffen! Yeah! Scheiße! Ich muss mit Rainbow weiterkehren, hab ich doch gesagt. So und so! Aua! Du musst erst Anlauf nehmen und dann springen! Voll in die Lava. Mit Kugeln am besten. Guck! Und das Ding auch mit Kugeln am besten. Oder? Nee, mach keinen Schaden. Scheiße! Ja doch, aber nicht so viel. Ja, der Bogen macht noch weniger. Unter. Dann sei ich vielleicht wieder tot. Okay, die Hand ist glaube ich kaputt. Ich weiß nicht. Nein! Nein! Oh, Alter! Das ist doch jetzt wieder Ewigkeit. Äh... Hand! Ach ne, die ist ja kaputt. Nein! Oh Gott, bin ich dumm! Schnell! Scheiße! Mir ist scheiß egal, ob du jetzt Vorlauf kriegst oder nicht. Oh Gott, wieso muss ich hundertmal wieder hochgehen? Pfff... Wenn wir das schauen... Oh Gott, fail! Nein! Oh Gott, bin ich dämlich! Sagen wir etwas, was ich noch nicht weiß. Ich muss hier warten und dann den Double Rainbow machen. Warte! Aha! Alter! Ich glaube, der kommt wieder da unten. Oh, wieder mit! Komm, 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 komm! Boat, Moat, boat, boat, boat! Gleich haben wir ihn! Scheiße! Herz Massage und der Sluckheld. Aua! Alter, oh, Mann! Kein Wunder, dass du drauf gehst, wenn du.... ja ich habe mich wieder voll das ist es ja wenn man auflevelt ist wieder voll live komm noch ein Feuerball und das war's sag ich doch hey wir haben es geschafft und unbelievable und belieblich lieblblblbl das arme Gesicht von der D-Serie schon total hoher wer kickt ihn runter geh weg lass mich lass mich lass mich tschüss adieu in einer weint entfernten Burg in der Hausten Burgfreund und dann kommt ihr Freund und er vergewaltigt sie ganz ganz böse und jetzt haben wir aus einem Zwei gemacht und der Markus hat nicht mehr mit 10 Leben mehr und überlebt also scheiße dut 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 d Max obwohl er keine Banane hat, ist schon Level 12 Dormt Dormt so weit und hat sich auf ergelegt die Götze braucht man das ist nur Geschwindigkeit aber ich denke mir das Land für heute oder gehen wir noch was kaufen und dann das war's er hat da sind da und 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 medley medley von castle crushes so geil wie der triple rainbow wir könnten jetzt eigentlich noch die lava welt machen oder nicht ne ich hab jetzt irgendwie keine luft mehr oder ne komm lass mirs lieber also dann tschüss uns mit einem penguin boah danke für die spende ja und mit diesen worten beenden wir die folge oder die aufnahme oder die oh mein gott man die festparte wird schon unter tschüss 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 tschüss